Das ist doch kein Bonzenwasser, Alter. Wie blödsinn. Das sind, äh, hier sind einige Dinger drin. Hier Heilwasser zum Trinken ist das. 1000 Milliliter enthalten, in Klammern, in MG, Maschinengewehr. Lithium, Natrium, Kalium, Ammonium, Magnesium, Kalzium, Strontium. Fidium. Hier kommt der Whatsaver. Was geht ab? Gehen wir heute Party. Bin am Start. Ich hab Vodka Club Mate. Zwei Lübzeln. Ziggy, Ziggy, oh yeah. This is not it up, yeah. Kannst du mal? Oh, oh. Alter. Ist die auch nochmal irgendwo in der Schranke? Alter, der ist ja voll dunkel hier. Ganze Badeutensilien hinten rein. Wir fahren zur Schauernparty. So, wie scheiße? Ohne Schlüssel alles, ne? Weißt du. Guck mal. Da liegt ja der Schlüssel. Das ist auch gar kein Schlüssel mehr. Das ist einfach nur der Flippi. Flippi. Yo, Abdi-Boss. Wo fahren wir raus? Links, wa? Das muss man machen, ey. Das ist toll. Kostet halt 5 Euro. Fahren wir jetzt zu dem Laden hin? Oder fahren wir Hochbahn? Oder fahren wir auf die Privatbahn? Wir fahren zu dem Laden hin, checken die Hochbahn. Wo ist die Schwebebahn hier? Ne Haltestelle. So, fährst hier zurück, dann am Ende der Straße rechts, links, nochmal links. Aha, also fährst du so einmal da rum, ne? So, fährst du hoch, dann fährst du links, links und nochmal links. Und dann bist du am Bahnhof. Okay. Aber die Schwebebahn hat zu, ne? Hat zu? Die hat geschlossen. Die ist im Umbau. Echt? Gehen wir trotzdem hin. Danke euch, ne? Ich hab dich. Schade. Wieso ist die zu? Im Umbau. Wollen sie umdrehen jetzt, oder was? Doch, wir gehen auch mal hoch und gucken uns das Schild mal an. Wenn die im Umbau ist, ist das ja ein Skandal. Ey, wir decken jetzt mal richtig was auf. Es wurde gemunkelt irgendwie auf der Straße, dass die Wuppertaler Hochbahn im Bau ist. Die bauen aber was um. Und deswegen ist die geschlossen. Das finde ich richtig krass, Alter. Und jetzt suchen wir auch hier endlich mal, also schon Ewigkeiten hier, die Haltestelle, aber die finden wir nicht, weil die ist zugebaut. Vielleicht ist die Fassade. Bleib dran. Bis in der nächsten Folge. Agenten wie du und ich.